Heute sehen wir Garry in action in seinem polnischen Hilfsarbeiter-Outfit beim Trockensurfen üben auf einer Holzwaage. Er macht es sehr gut, er möchte nächstes Jahr das erste Mal aufs Wasser gehen, sich ein Surfbrett stehlen und dann an der Weltmeisterschaft bei der Wahl zum Waikiki Beach mitmachen. Sing uns das Lied!